Hi Leute, ich bin es wieder euer Simon von Machbar. Hier haben wir das nächste Workout für daheim oder während des Urlaubs oder aber wenn ihr nicht Mitglied seid in einem Fitnessstudio, was ja auch definitiv nicht sein müssen, wirklich fit zu sein und auch athletisch zu sein. Das Workout nennt ich den Sixpack Creator. Ja, wir brauchen ja coole Namen dafür. Und ihr werdet merken, das Workout ist ganz schön heavy. Wir arbeiten hier nur mit Sekundenangaben in den ersten zwei Blöcken und im letzten Block dann einfach eine vorgegebene Zeit, wo ihr bestimmte Übungen machen müsst, hintereinander für eine bestimmte Zeit und dabei eure Runden zählt. Nochmal daran denken, bitte eine saubere Übungsausführung haben. Sollten Übungen dabei sein, die für euch zu schwierig sind, dann einfach immer eine Variante zurücknehmen. Gutes Beispiel ist ein Liegestütz. Schaffe ich keinen richtigen Liegestütz mehr, gebe ich nicht auf. Nein, dann nähe ich die Knie auf dem Boden, mache mit einer sauberen Technik weiter. Ansonsten viel Spaß beim Sixpack Creator. Der Bühne verbrecht. Schaffe ich dich, nicht auf der Bühne verbrecht. Ich werde dir die Knie auf der Bühne verbrecht. In der Bühne verbrecht werden, sonst wird der Knie draufgelegt und Knie draufgelegt und klicken. Ich mache den Knie drauf, das Fortschritt. Bis zum Ausstergenzimmer und Szenieren. Das ist eine Z Exodus chambe. Ich werde mich mit einem Schweren vor Ort, Fortschregenzimmer und Knie draufgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017